so und schnitt nein wir schneiden und schnitt und schnitt und schnitt So, und dann da drauf. So, und dann da drauf. So, und das da, Marek. Ach, das sind schon vielleicht mal dann. Das geht nicht. Das ist zu nah. So, und dann. So, und dann. So, und dann. So, und dann fertig. Perfekt. So. 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 Perfekt. So. 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 Also die Bäume müssen noch weg. Die müssen noch mit ins Sägewerk. So. 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 Ein paar Felge blau anmalen. Ja, passt. Ich will ihn ja auch nicht überladen. Eigentlich ganz ehrlich. Oh, du bist der Übeltäter. Aber manchmal ist es einfach besser. So viel wie möglich drauf zu bekommen. Dass man weniger fahren muss. Ob man dadurch dann Kosten spart. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, zumindest wären wir dann hier hinten aber fertig. Ich habe noch vier Stämme oben in der Nähe von dem Hotel da stehen. Ah, das geht nicht. Das letzte. Und... Oh, bin ich mir dann doch wieder zu lang. Dann hängst du mir wieder voll in der Kabine drin. So. So. So, eins machen wir noch. Zwar da. So. Jupp. Der ist fuhl. Der ist fuhl. So. Ab zum Sägewerk. Okay. Oh, 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 oh. Wolltest du viel am Marsch? Dann speichere mal lieber mal. So. Erstmal. Oh, komm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sollte ja so passen. Du darfst mir ja keine Probleme bekommen, außer dass wir rutschen. Ach ja. Ach ne, doch, ich muss hier rum. Oh, jetzt wären wir fast wieder falsch gefahren. Warte, sind wir falsch gefahren? Nein, sind wir richtig. 10 richtig. So, erstmal nach anstrengender Arbeit. Das Käffchen. So. Ich glaube, irgendwann muss man es mal ausprobieren mit der Seilbahn da hinten in einem Gebiet. Oder hier rechts. Anastronaut. So. Eigentlich ist es eine schöne Kombi mit dem Fahrzeug. Schön gemütlich. Das passt ja. So, Zug. Kaum kein Zug. So. Perfekt. So. So. Now. натronaut. Hoppla. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020